So, weiter geht's im Let's Play. Immer noch die gleiche Session mit dem Power Gamer, der weiterhin als Ganserker spielt und wir kämpfen uns jetzt den Weg zurück nach Sanctuary, nachdem wir diese Mission abgeschlossen hatten und müssen hier so ein paar Nomaden besiegen. Die Nomaden sind einfach nur mickrige Maden, Nomaden. Es sind sowas wie No Angels. Oder No Nomaden. Keine Ahnung. Ach ja, Power Gamer ist eine neue Folge, auch wenn es für uns komisch ist. Du kannst ja nochmal Hallo sagen. Moin. Es ist schon ein bisschen komisch so, alle jeden Tag so, wenn wir noch gar nicht so was anderes gemacht haben, dann immer nochmal Hallo zu sagen. Aber das ist halt so, wenn man in den Let's Play Business neu einsteigt. Man hat keine Ahnung von nichts. So ist es. Ja, es wird schon. Ja, und man hat ja gesehen, am Anfang hatten wir die ersten fünf Folgen übelstes Pfeifen drin, dann die nächsten zwei Folgen übelst zu lauten Ingen-Sound und ich hoffe mal, jetzt ist es perfekt. Ich habe eben nochmal reingehört. Und für mich geht das klar. Also ich finde es so okay. Ich auch. Kein Pfeifen mehr. Kein Pfeifen mehr. Der In-Game-Sound müsste eigentlich genau richtig sein. Und wenn es euch nicht passt, schreibt es mir in die Kommentare. Ihr seid die Zuschauer. Ich mache das natürlich für euch. So wie ihr es haben wollt. Nicht so wie ich es haben will. Also, könnt ihr mir gerne reinschreiben. Und Erster natürlich nicht vergessen. Wichtigster Kommentar ever. Ja, ohne Witz. Das mache ich manchmal auch, muss ich sagen. Da freut sich jeder Kommentar an. Ja, bei manchen Kumpels schreibe ich manchmal auch einfach Erster rein, um die zu ärgern. Aber das mache ich halt nur, weil ich sie kenne und nicht irgendwie bei... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das sein muss. Aber, naja. Naja. Okay, dann... Mach das. Kommen wir da nicht hoch. Wir müssen zurück nach Sanctuary. Ich weiß nur nicht... Gibt es eigentlich Schnellreisestationen? Guck mal, ist das eine Blaue? Nee, ne? Lass mal hier zu der Schnellreisestation. Wegpunkt setze ich mal. Was hast du? Da war gerade eine Blaue. Echt? Wo, 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 wo? Loot, 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 loot. Hast du? Das ist da vorne, oder nicht? Das ist eine weiße. Oder ist die... Oder ist die einfach... Ja, aber warum ist das dann blau? Was ist blau? Die Schrift ist weiß. Ja, aber innen drin ist blau. Ja, innen drin ist immer blau. Ach so. Ich bin doch gar nicht aufgefallen. Guck doch mal hier bei deinen Waffen im Menü. Die sind alle blau innen drin. Der entscheidende ist der Lichtstreiter in den Himmel geht. Und der war weiß. Und halt die Schrift der Waffe. Und die war auch weiß. Tatsächlich. Tatsächlich. Nee, wie nennt man das? Unfasslich. Unfasslich, unfasslich, ja. Unfasslich. Wer kennt das Wort? Daumen hoch. Nein, Spaß. Okay, stark ein, Kollege. Willst du fahren? Ja. Vorsichtshalber. Ich hab mit euch schlechte... Vorsichtshalber! Mit euch schlechte Erfahrungen, oder? Hallo? Okay, mit dir nicht, aber mit Martin letztens war. Ja, gut. Warte mal. Okay, bei mir läuft das gerade auch nicht so toll. Ich verwechsel mal Boost mit Drift. Guck mal, das können wir jetzt mal ausprobieren, ob das schon funktioniert. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Da ist eine Schnellreisestation, dann können wir vielleicht ganz schnell nach Sanctuary kommen. Lass uns das einfach mal ausprobieren. Müssen wir ausprobieren. Oder ist die noch ohne Strom, oder wo ist denn die überhaupt? Hey, die ist doch hier irgendwo... Ich bin ein bisschen blind. Ist die das? Nein. Ohne Power. Achso, die hat noch keinen Strom. Ja, okay. Dann müssen wir tatsächlich zu Fuß nach Sanctuary mal wieder. Oh nein. Zu Fuß. Mit Auto. Oder mit Auto. Das ist korrekt. Also, lass uns noch mal kurz mal was anderes anschneiden. Und zwar Destiny. Hast du dir das angeguckt? Irgendwie ein paar Trailer? Nee, gar nicht. Auf jeden Fall. Steig ein, dann erzähl ich kurz was drüber. Das sieht so ähnlich aus wie Borderlands. Außer halt, dass man zufällig andere Spieler sozusagen trifft. Man trifft dann nicht nur irgendwelche KI-Monster, wie es hier der Fall ist. Sondern halt richtige Spieler. Und das sieht alles noch ein bisschen cool aus als Borderlands 2, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und von daher bin ich mal sehr gespannt auf dieses Spiel. Guckt euch da auf jeden Fall mal diesen In-Game-Trailer an, den sie da bei E3 gezeigt haben. PowerG immer speichert schon wieder. Du bist nur am Speicher. Ja, das Auto speichere ich auch gerade. Da ist ein Reisen abgebrochen. Mega-Quest-Speicher. So? Ja. Bin ich deinig. Es ist total dumm gemacht mit diesen Reisen, dass sie immer diese Speicherpunkte direkt davor setzen. Man kann nie reisen. Die sollten sie vielleicht irgendwo anders hinsetzen, aber nicht direkt vor die Punkte. Naja. Lasse machen. Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Lass die Kasten reden. Was? Lass die Kasten reden und hör ihnen nicht zu. Die Kasten? Die meisten Kasten stehen da und machen einfach nichts. Kennst du nicht das Lied von den Dingen? Das sind doch die Ärzte, oder? Sag ich doch. Die toten Ärzte am Essen. Apropos Ärzte. Ich weiß nicht, kennt ihr den Rapper Alligator? Der wurde mit den Ärzten verglichen, weil er so ähnlich klingt. Finde ich zwar nicht, aber der chartet jetzt sein Album. Keine Ahnung, müsste mittlerweile draußen sein. Das heißt Triebwerke und holt euch das. Das ist gut. Kann ich nur empfehlen. Ohne Scheiß. Also, ich hab's gekauft. Und, äh... Dann kann es ja nur gut sein. Ja. Lass nochmal kurz eine Runde Casino spielen. Ich hab da gar nicht mehr so viel Kohle für. Ich hab der Tussi-Gletsch das Mal schon Geld gegeben. Ja, wenn... Oh, ich hab ne grüne Waffe gekriegt. Ui. Komm, okay. Einmal kann ich auch. Einmal geht schon. Oh, noch ne Waffe. Dann hab ich gekriegt Kohlsens. Okay. Hier, ich glaub, ähm... Können wir hier schon Iridium kaufen, weil wir haben ja ein bisschen Iridium schon aufgesammelt. Eins hab ich schon, ne? Aber hier ist ein Schloss vor. Heißt das, es geht noch nicht? Ja, es scheint noch nicht zu gehen. Da hat er geklappt auch schon ein Fencher, wie so ein Beklopter. Ja, was ich dir mal kurz zeigen wollte. Hier, guck mal hier drin. Hier ist diese Truhe, wo du den Schlüssel verwenden kannst. Ah, okay. Aber das würde ich jetzt halt noch nicht machen, weil dann kriegst du grad mal Level-10er-Waffen. Und in zwei Level sind die eigentlich schon wieder outclassed. Und ich würd sagen, ich schließe jetzt mal kurz hier die Story ab. Also, mal gucken. Jo, mach das. Oh, cool. Ich kann mir ne richtig coole Waffe aussuchen. Entweder... Oh. Entweder ne Pistole. Oder ein SMG. Also. Was willst du lieber? Naja, ich seh's grad... Ich weiß es nicht. Ich kann auch immer überlegen. Die eine sieht ziemlich useless aus, ne? Die große. Die untere? Ja. Ich weiß nicht. Die schießt halt schneller. Und die Pistole braucht zwei Muni pro Schuss. Ja. Ich weiß nicht. Die Pistole ist zwar stark vom Schaden, aber verbraucht übelst viel Muni. Ja. Aber ich glaub, ich nehm auch die untere. Die untere, okay. Ja. Hab ich jetzt... Na, mal gucken. Ach, du darfst dir auch eine aussuchen, oder muss ich für beide aussuchen? Nein, nein, ich kann mir die auch aussuchen. Ach so. Ja, die hat zwar nur die Hälfte Schaden sozusagen, aber... Gleich mal gucken. Ui. Hey, lass dir mal als Schrott markieren. Oh, nicht mal so übel. Kann ich das beim nächsten Mal verkaufen. Und das geht ja eigentlich. So an sich. Hast du schon nie mal ein Video gemacht von hier? Was? Ja, von hier hab ich mal ein Video gemacht, ja. Das ist Sanctuary. Ja, du bist echt... Wie ich deine Videos guck, du. Ja. Okay, wollen wir noch eine Neemission machen, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen? Das können wir machen. Ich denke, solange die anderen nicht da sind, ist es, glaub, fast schon ratsamer, wenn wir sowas machen. Hier ist noch mein Geschichtenteil. Ah, okay. Ja, kann ich nur empfehlen. Kommt nach Sanctuary, alle. Alter, das SMG sieht cool aus. Dennis schreibt mich gerade an. Wir müssen erst anfangen, um 20 Uhr aufzunehmen. Ja, vielleicht ist Dennis also auf der nächsten Folge da. Mal gucken. Die geht ja jetzt noch um den Ball. Gut, also mir ist jetzt wunderbar. Ich hab jetzt Urlaub. Wir können quasi auch schon morgens um 6 Uhr anfangen. Ja, lass das mal. Oh, oh, oh. Kriege ich bitte mein Geld zurück? Nein, krieg ich nicht. Kein Problem. Jawohl. Hast du mal schön ist zugeschossen. Markus, no refunds, ja. Cooler Typ, auf jeden Fall. Ich mach den jetzt schon nicht. Doch, doch, doch. Kann man den umbringen? Oh, hier ist noch eine Geschichte. Lass nochmal erstmal die Geschichte anhören. Okay. Lans Manor? Hier. Ach doch. Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte. Eine Frage. Vor einigen Jahren waren wir Feinde. Aber die Zeiten sind vorbei. So froh ich auch bin, euch alle in Sanctuary zu sehen. Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet. Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist. Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggefegt ist und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand. Als ich mich vor Jahren den Crimson Lands anschloss, sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können. Aber ihr wisst so gut wie ich, es war eine Lüge. Aber dieser Kampf gegen Hyperion, der ist wahr. Wenn wir uns nicht verbinden, wenn wir diese Stadt nicht vor Jacks Armee beschützen können, dann sind wir erledigt. Ich bin Roland und ich habe nur eine Frage. Seid ihr dabei? Cool. Sehr, sehr, sehr berührend diese Rede. Sehr berührend. Auf jeden Fall. Ähnlich wie I have a dream. Hat mich sehr... Okay. Was können wir jetzt eigentlich bei dem Pumpelufter machen? Ja, ich glaube, das ist eine Mission, wo wir Waffen testen können. Mal gucken. Komm vorbei. Ich habe Arbeit. Sehr schön. Hey, Kamerjäger. Wenn du zu den Crimson Raiders gehören willst, solltest du dich mit Elementarwaffen auskennen. Findest du nicht? Ich habe gerade eine Kiste mit brandneuen Malivan Elementarwaffen reinbekommen. Sollen wir sie gemeinsam ausprobieren? Na klar. Auf jeden Fall. Wir sehen uns also auf dem Schießstand. Versuchen wir es erst mal mit der Treppe. Flammenwaffen sind extrem effektiv gegen Fleisch. Jetzt grill das imperialische Schwein wie ein Skies. Du bist ganz schön schnell. Was bin ich schnell? Du bist schneller. Du hast ihn schon schneller abgeschossen, bevor die überhaupt gesagt hat, was du machen sollst. Okay, ich rede mit ihm. Ach, das war es schon. Ach, cool. Ging ja schnell. Und ich durfte gar nichts machen. Warum darfst du nichts machen? Weiß ich nicht. Ich habe einfach drauf geschossen. Dieser Hyperion-Faschist fühlt sich wohl sicher, weil er denkt, sein Schild schützt ihn. Falsch gedacht. Nur eine Frage der Zeit, bis Jack diesen Ort entschuldigt. Siehst du, wie Schilde Feuer widerstehen? Um einen Schild zu durchbrechen, brauchst du eine Schockwaffe. Dann gib mal eine Schockwaffe her. Ich habe keine Schockwaffe. Ich habe eine, aber die kann ich erst auf Level 11 nehmen. Wieso hat der keine von uns? Weiß ich nicht. Der will nicht. Aber vielleicht müssen wir die erst einkaufen. Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung, wo kriegen wir denn jetzt die Schockwaffe her? Äh. Äh. Warte mal, vielleicht kann ich ja die nehmen, die ich habe. Uh. Das ist ein bisschen verwirrend eigentlich. Ah, die ist doch da immer drinnen. Im Invertar. Miss- 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 Missionswaffe. Ah. Ah, ich bin auch ein bisschen... Okay. Ein paar satte Treffer mit einer Schockwaffe machen einen Schild schneller blatt, als du den Kauf bereuen kannst. Ja, also Schockwaffen gegen Schilde, sehr interessant zu wissen. Habe ich die jetzt? Ist doch voll geil. Nein, natürlich nicht. Schade. Äh. Äh. Was noch? Ah. Panzerruf. Gepanzerte Ziele wie diese verdammten Hyperion-Roboter halten ziemlich viel aus. Es sei denn, du hast deine Korrosionswaffe. Waffen- 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 Waffen. Hm. Jetzt testen wir mal diese neuen Slack-Waffen. Oh, Slack. Slack ist am interessantesten und so, weil es am... Wenigstens einfach zu verstehen ist, würde ich sagen. Und jetzt probier mal eine von den Slack-Waffen aus. Slack ist etwas komplizierter. Ja, definitiv. Wenn du einen fein Slackst, verstehst... Ups. Ja. Jetzt, wo er geslackt ist, sollte er ziemlich leicht zu erledigen. Wechsle die Waffe und schieß nochmal auf. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, wenn man die Gegner Slackt, also mit dieser Waffe abschießt, dann werden sie lila und werden empfindlicher. Das heißt, ich kann einmal mit Slack draufschießen und dann mit der anderen. Und dann kriegt er wesentlich mehr Schaden als... Man sieht das ja hier, der kriegt irgendwie 179 Schaden, nur weil er geslackt ist. Da wird sozusagen der Schaden verstärkt. Das macht Slack. Das hat er eben versucht zu erklären, wo ich dann irgendwann dazwischen geredet habe. So. Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei dem netten Waffenhändler deines Vertrauens... Ja, ja, bei dir, ne? Ja. Ja. Zufällig bei ihm. Das ist schrecklich. Ja, der weiß schon, wie er verkauft, ne? Ist ja nicht oben. Ja. So, wo ist denn jetzt mein MG da hin, was ich vorhin noch hatte? So, hier wird alles ausgerüstet. Wo ist denn das hin? Ah, hier. Ja, ah, ja. So, irgendwie war diese Mission ja nicht so ganz so spannend. Deshalb, äh, ein paar Nebenmissionen. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt auch mal, obwohl es erst 15 Minuten sind. Ähm, und da machen wir einfach in der nächsten Folge mit der Hauptstory weiter. War jetzt irgendwie so eine kleine Zwischenfolge. Wenn ich genug Folgen habe, dann lade ich einfach zwei an diesem Tag hoch, okay? Ist das ein Angebot? Ich denke schon, das ist ein Angebot. Da kann keiner widerstehen. Dann kann ich ja noch schnell das verkaufen. Okay, dann, äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht mit Dennis, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Ähm, ciao. Ciao. Ciao.